Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video zum Thema Arginin. Arginin, eine semi-essentielle Aminosäure. Ich hatte im letzten Video vornehmlich das Thema Nitrostress besprochen. Es gibt wohl kaum eine Aminosäure, die so viele positive Eigenschaften für den Sportler, aber auch in der Sportmedizin mit so vielen negativen potenziellen Effekten paart wie die Aminosäure Arginin. Wie ich im letzten Video versucht habe zu erklären, ist das Thema Nitrostress eines der Probleme, das nahezu alle chronischen Krankheiten, die wir heutzutage haben, also chronisches Müdigkeitssyndrom, Rheuma, chronische Entzündungen oder auch Allergien, chronische Müdigkeitssyndrome, in sich vereinigt. Zugleich hat aber diese Aminosäure L-Arginin sehr viele positive Eigenschaften. Also, ich nenne nur einige Vasodilatation, also mehr Durchblutung, Hemmung der Thrombozytenaggregation, Wundheilung, verbesserte Wundheilung, vielleicht sogar Wachstumshormonausschüttung, wobei diese Wachstumshormonausschüttung, die bislang gemessen wurde, eigentlich nur durch intravenöse Gabe von L-Arginin-Hydrochlorid gemessen worden ist. Insoweit wäre ich da noch etwas zurückhaltend. Allerdings gibt es wirklich sehr viele positive Eigenschaften auf das Bindegewebe, auf die Wundheilung, auf die Regeneration, aber der Haupteffekt ist wirklich von L-Arginin die Freisetzung von Stickstoffmonoxid. Stickstoffmonoxid, wie gesagt, ein Gas, das in allen Zellen produziert werden kann, einmal zur Abwehr von Parasiten, also wenn meine Zelle infiziert ist mit Parasiten, also sprich zum Beispiel Bakterien, Viren, Candida, so hat sie die Möglichkeit, über die konstitutive, also die überall vorhandene, in jeder Zelle ubiquitär vorhandene NO-Synthase, Stickstoffmonoxid zu produzieren und die Parasiten, wenn es ideal läuft, zu entfernen. Jetzt gibt es aber auch die endotheliale NO-Synthase. Die endotheliale NO-Synthase macht die Blutgefäße weit. Soweit hatten wir im letzten Video gesprochen. Problem ist nur, Stickstoffmonoxid muss immer entgiftet werden. Das heißt, wodurch wird, durch welche Substanz, wird Stickstoffmonoxid entgiftet? In erster Linie durch Glutation. Was ist Glutation? Glutation bitte nicht verwechseln mit Glutamin. Glutation ist ein Tripeptid, bestehend aus drei Aminosäuren. Glutamat, Gystin und Glysin. Glutation ist Bestandteil jeder Zelle, insbesondere unserer Erythrozyten und ist das stärkste antioxidative System, das wir haben. Das bedeutet, wenn ich einen Mangel habe an Glutation, zum Beispiel durch eine chronische Infektion oder durch chronische Belastung mit Toxinen, mit Schwermetallen, ich nehme zum Beispiel mal die Raucher, kann jeder machen, wie er will, aber ein Raucher hat eine stetige Belastung mit Cadmium, mit Blei, teilweise mit Quecksilber. Und dadurch erschöpft sich mit der Zeit der Glutationpol. Und wenn ich jetzt Arginin zu mir nehme, in hohen Dosen entsteht viel Stickstoffmonoxid. Und wenn dieses Stickstoffmonoxid nicht rechtzeitig abgebaut werden kann, verbindet er sich, wie im letzten Video schon gesagt, mit Superoxid aus der Atmungskette. Superoxid, da können wir nichts oder nicht viel dagegen tun, entsteht immer dann, wenn meine Mitochondrien angeworfen werden, um ATP zu produzieren. Das heißt, das Radikal, Superoxid, produziere ich jeden Tag. Es ist ein Anion und verbindet sich in bezeichnender Weise sehr gerne mit Stickstoffmonoxid. Das Ergebnis ist nitrosativer Stress. So, also, was lernen wir daraus? Wir müssen schauen, wenn wir Arginin zu uns nehmen, dann müssen wir schauen, dass unsere Glutation ausreichend hoch ist. Dazu ist es wichtig, drei Aminosäuren zuzuführen, Glutamat, Gystin und Glycin. Aber dazu in einem späteren Video mehr. Heute möchte ich noch auf eine sehr positive Eigenschaft vom L-Arginin eingehen. Und zwar, es gibt eine Erkrankung oder einen genetischen Polymorphismus. Das heißt, es gibt Methyltransferasen, Protein-Methyltransferasen. Die machen aus L-Arginin asymmetrisches Dimethylarginin. Und dieses asymmetrische Dimethylarginin kann von den körpereigenen NO-Synthasen, wie gesagt, wir haben vier NO-Synthasen, eine an dem Metron drin, eine im Nervensystem, eine an allen Zellen und eine konstitutive. Das heißt, vor allem am Endothel kann die NO-Synthase nur mit L-Arginin arbeiten. Mit dem asymmetrischen Dimethylarginin können unsere NO-Synthasen nicht arbeiten. Das bedeutet, wir haben einen Mangel an NO. So, Atma, Abkürzung, ist ein Risikofaktor, wie ihr euch jetzt wahrscheinlich denken könnt, für die koronare Herzerkrankung, für Durchblutungsstörungen, für endotheliale Dysfunktionen. Also sprich, für hohen Blutdruck und für kardiovaskuläre Komplikationen. Jetzt ist das Problem, Atma wird im Prinzip, also asymmetrisches Dimethylarginin, kann aufgrund seiner Methylierung, man kann sich so vorstellen, die Aminosäure Arginin, wird methyliert und demzufolge kann Arginin nicht benutzt werden, um Stickstoffmonoxid herzustellen. Mit all den negativen Konsequenzen. Hier gibt es nur eine einzige Möglichkeit. Ich kann dem System mehr Arginin hinzuführen. Und insofern ist für diese Menschen die Zufuhr von L-Arginin geradezu lebensrettend. Denn diese Patienten leiden, wie gesagt, unter einer sogenannten endothelialen Dysfunktion. Was heißt das? Eine endothelial Dysfunktion ist eine fehlerhafte Reaktion der Gefäßinnenwand auf Reize. Das heißt normalerweise, wenn mein Organismus mehr arbeitet, muss die Gefäßwand vasodilatieren, also weitstellen. Das geht über G-Protein, gekoppelte Leganden. Aber entscheidend ist, Stickstoffmonoxid macht die Blutgefäße weit. Und wenn jetzt Stickstoffmonoxid fehlt, dann können die Blutgefäße bedarfsgerecht nicht weitgestellt werden. Dies führt, wie gesagt, in der Konsequenz zu koronaren Problemen, also koronare Herzerkrankung, wird zum Teil ausgelöst natürlich durch die Atherosklerose. Es gibt aber auch funktionelle Koronarspasmen. Das heißt also, wenn Stickstoffmonoxid nicht in ausreichendem Maße produziert wird, dann führt das zu einer Gefäßregulationsstarre. Dies führt nebenbei zu Durchblutungsstörungen der Niere und natürlich der Erektilendysfunktion. Das heißt also, Arginin ist einerseits mit Vorsicht zu genießen, andererseits ein Segen. Bei zahlreichen Patienten, die mit chronischen Erkrankungen zu mir kommen, ordiniere ich Infusionen, das heißt ich mache Infusionen mit L-Arginin. Aber gleichzeitig gibt es immer eine Ampulle Glutation. Das heißt also, wenn ihr Arginin einsetzt im Sport oder zur Rekonvaleszenz oder Potenzsteigerung, schaut immer nach eurem Glutation. Jetzt ist die Frage, wie kann ich das Glutation messen? Es gibt sehr viele Labore, die das bestimmen. Und in einem weiteren Video werde ich das erklären und werde noch ganz genau darauf eingehen, was Glutation dieses Tripeptid eigentlich ist. Aber für heute, wie gesagt, es gibt die Möglichkeit, wenn ihr Durchblutungsstörungen habt, wenn ihr unter Impotenz leidet oder koronare Herzerkrankungen oder funktionelle Koronarspasmen, hoher Blutdruck, ist die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass ihr euer Arginin umwandelt durch eine Protein-Methyltransferase in asymmetrisches Dimethylarginin. Und die Therapie wäre als einzige Möglichkeit an dieser Stelle nach heutigem Erkenntnis stand. Wir irren uns ja letzten Endes in der Medizin immer zum Ziel. Schlussendlich weiß keiner so richtig, wie all das funktioniert. Wir haben immer nur Teilwissen. Der eine mehr, der andere weniger. Aber im Moment sieht es so aus, als müssten wir wirklich Arginin in erhöhter Menge zuführen. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, das Video war interessant für euch. Und wenn ihr Fragen habt, wenn irgendwas unklar ist, schreibt es mir bitte in die Kommentare, denn ich möchte vornehmlich in diesen Videos aufklären und Informationen schaffen. Bis zum nächsten Mal.